Hier waren wir heute schon... ...eine Anstalt. Tut mir leid, Natalia. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Boah, das ist... ...viel gut dort hinten. Statue. Was ist los? Oh, ich habe auf dich gewartet. Nichts. Können wir gehen? Uh oh. Sneak. Wie nett, dass sie auf uns warten. Oh shit. Ah, Netz. Funktion, Anna. Ah, nicht so gut. Funktion. Oh nein, zum Leben oder was? Sie sind drin. Sei vorsichtig. Ich bin nur noch, dass sie nach dem ... 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 Hier geht es lang, nach unten. Ich muss mich nach unten. Oh. Oh. Ich bin der Knoter. Ich bin der Knoter. Wir haben es gesehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. ist einfach ein Schuss Na komm, den können wir doch vermuten Das macht es viel einfacher Ach du, was zum Das ist jetzt ein bisschen Ähm Muss man hier zuerst Wenn ich nichts ziele, kann ich natürlich auch nicht Wir hätten jetzt auf einmal drei Schüsse aus Die Scheiße Uh oh Ich bringe mal zu mehr Das war's dann wohl Ach was Und das hier Ah, Munition Clever Lecke mich doch Ich hab das schon Ich hab das schon nerver Ein bisschen Heilung Ich hab das denn lecke da ein zweites fantastisch weiterung ist das schon ein paar jahre sind wir zu retten in der erweitungs tasche Können wir mal eben zählen. Zählen ruhig. Zählen ruhig. Zählen ruhig. Zählen ruhig. Da drüben zu den linken müssen. Ganz wichtig. Da müssen wir nicht nur auf der Rutsche. Zählen ruhig. 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 Das so ist. Oh oh. wo ist er auch scheinbar ach verdammt die Ikea ringt da geht man in die Zone das Messer das schlämpfe ich auch so geht's auch sehr schön mit Bezug ähm Natalia ja die wird gerade gefuttert ich kann sowieso nichts machen gehen wir weiter hier hier waren die doch unterwegs was ist los du bist falsch der Typ der die vorhin entführt hat oder was hier habe ich Moira getroffen gut legen wir einen Zahn zu ich soll das nicht steigen ich bin ich bin ich bin ich Nein, der Fahrstuhl funktioniert nicht. So ist das. Funktioniert auch, sie war ja auch zu witz. Das kommt auch nicht durch. Notiz eines Einwohners auf Russisch. Alles hat sich so verändert, seit sie hergekommen ist. Fast so, als wäre Sabieti eine ganz andere Insel. Die Mine hat eine neue Ausrüstung. Und die Arbeitsplätze. Wie kann man das? Äh... Was hab ich hier dann? Sie sind alle weg! Wer ist da? Nicht so laut! Das Monster kommt! Treppe hoch. Es kommt mehr! Ich kann nichts tun. Wenn ich keine Zunahme habe, lass es abhauen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mich nicht mehr aus. Ich habe mich aufgemacht, ihn zu suchen. Ich fühlte mich recht ängstlich. Aber alle dort waren so nett zu mir. Sie sagten mir etwas schlimmes Geh um. Und sie gaben mir eine Impfung. Und diesen Armreif, der mich beschützen würde. Wie sie sagten. Es ist hier so groß und wundersam. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Natürlich ist es für sie wahrscheinlich keine so große Sache. Sie hat unsere Insel gerettet. Ich fange an zu glauben, dass sie zu allem fähig ist. Ich bedauere, dass ich je an ihr zweifelt habe. Es ist wohl nichts. Aber mir ist etwas schön gleich. Vielleicht ist es nur der Stress. Und ich habe endlich den Vater gefunden. Und zumindest einen Teil von ihm. Ich wusste schon immer, dass er einen guten Kopf hatte. Es ist eher das Einzige, was noch von ihm übrig ist. So kann ich ihn doch nicht heimbringen. Der Armreif macht seltsame Geräusche. Es ist ein bisschen störend. Aber mach dir keine Sorge. Ich finde schon den Rest von deinem Vater. Und dann kommen wir heim. Du musst so hungrig sein. Das ist ein bisschen blödsinn. Ein paar Frauen. Ich kenne die Natalia durch wahrscheinlich. Die Tür. Auf einer anderen Seite verschlossen. War so klar. Was soll ich machen? Den lässt das Messern. Dann kann ich die Tür von dessen Seite gehen. Oh oh. Wenn ihr Partner kraft. Deine Gesundheit nicht mehr hat. Wird er bewegungsunfähig. Um ihn bewegungsunfähig zu retten. Dann halten sie Tab in der Nähe. Und weiter hier. Ach komm doch mit hier. Ich kann nicht. Gut so gehts auch. Was hättest du machen zu den Messern? Ich hoffe der Sprecherpunkt ist nicht so weit weg. Doch ist er. Ich hasse alles. Hier habe ich Moira getroffen. Gut. Legen wir einen Zahn zu. Ich habe keine Munizung. Wird sich nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Wenn wenigstens entstanden. Das ist ein blöder Chippoint. Das ist ein blöder Chippoint. und關 sharing des gingerbreads. Wir versuchen uns nach zum einzelnen dibujen. Es kommt näher! Es scheint auf der anderen Seite zu sein. Wie soll ich das denn anstellen? Mach auf hier! Es kommt näher! Es kommt näher! Puh! Du wirst die aufheben! Puh! Puh! Ich brauche Pülmer! Ich brauche Pülmer! Drei von Rüben! Ich hätte es nicht gesagt, dass er Pülmer! Und noch so viel! Das Monster kommt! Da oben! Und Treppe hoch! Plötzlich sind die lästig! Na, das ist ein Taschenabesett, wann das... Ah! Ich bin wieder mit dem Zoom! Ich bin wieder mit dem Zoom! In der Zunge zu dem Zimmer! Und wir jetzt übern... ...wie von da oben! Ich bin wieder mit dem Zoom! Ich bin wieder mit dem Zoom! Ich bin jetzt übern... Wir kommen mal dahin Die Natalia und Bier Wie kommt man da durch? Wieso nicht? Tja Wir haben den Set verschlossen Die andere Seite ist gerade noch ein bisschen um Erweich geworden Ich weiß nicht, dass er vielleicht Ich weiß nicht, dass er vielleicht Warum muss er nicht hier Tja Ich kann ja nicht mal ordentliches einparken So vielleicht Ja, dann gehen wir durch Voll So viel hätte er doch noch nicht gesoffen Habe ich gerade das Ei Kräuter weggegeben Bescheid Oh Ach du Scheiße Scheiße Ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Schütz! Die Augen ziehen! Stumm gelämmende Zone, sehr schön! Das muss sie mir nicht sagen! Das muss sie mir nicht sagen! Das muss sie mir nicht sagen! Face down! Darf die Ketten-Siege mitnehmen? Ja, die Baumaschine! Das sollte uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen! Jetzt können wir überall durch! Drei mal! Uff! Ufff! Ich habe die Runde hier! Ja. Das ist auch ein Aufzug. Und noch eins runter. Nehmen wir den Aufzug, war ja so eine Wand. Ah ja, hier. Sehr schön, aber es hat jetzt wahrscheinlich alle gegnern gelockt. Ah. Der Turm. Ich und Moira wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. Der nette Mann? Von Terras Elf, der mich gerettet hat. Ob Moira es wohl zum Turm geschafft hat? Das hat sie. Komm, schauen wir was wir finden. Oha. Er hätte ich gedacht, somit... ...druf gewinnt, dass wir mit dem Mö und Klär hier selbst ankommen, aber... Tja. Dieser Ort ist anders. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020